ChilliTV Hoi miteinander, willkommen auf ChilliTV aus dem neuen Produktionsstudio wo mir sehr viel Freude bereitet wir haben ganz viele neue Gimmicks und ich freue mich wieder zum Senden am 8. April ist es soweit da mache ich die erste Sendung ich habe dann auch noch Geburtstag und ich hoffe, dass meine Stimme bis dann noch besser verheilt ist als jetzt und ihr seht, es ist immer noch alles da, Kamera 1 und Kamera 2 und natürlich das ganze Sende Equipment plus da Neuigkeiten in Sachen Loop Machines wo dann natürlich auch noch ins Spiel kommen und wir haben jetzt ganz neu auch noch eine Virtual Cam mit der können wir dann ganz gute, bewegte Bilder machen aus Blickwinkeln und Perspektiven wo man sonst eigentlich nicht könnte und äh ich schalte jetzt da aber wieder zurück auf Kamera 1 und wie gesagt, wir haben jetzt eine wunderschöne Interview Lounge und richtig schön, wir haben jetzt Platz für mehrere Leute keine komische Techniken und alles, was noch drin besteht und wir haben eine Summer Lounge und zwar eine Überdächte auf der Terrasse und von dort aus werden wir natürlich dann auch wieder Live Sessions und Interviews machen und ganz interessante Leute einladen also, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei auf ChilliTV 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 ChilliTV